Hallo, mein Name ist Adriana und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute für dich ein Bauchworkout vorbereitet, wie man unschweren Titel erkennen kann. Dafür habe ich dir verschiedene Pilates-Übungen zusammengestellt, um den gesamten Bauch zu trainieren. Anschließend wollen wir aber auch noch ein paar Yoga-Dehnungen mit reinnehmen, damit unsere Praxis komplett wird. Wenn du mich noch nicht kennst, dann vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und mich zu unterstützen. Und wenn du bereit bist, dann breite deine Mathe aus und bis gleich. Willkommen auf deiner Mathe. Wir beginnen heute im Liegen und wollen eine kleine Aufwärmübung durchführen. Dafür legst du dich komplett auf deinem Rücken ab, lässt die Beine angewinkelt, die Arme neben deinem Körper liegen und hebst dann die Beine im rechten Winkel an. Presse den gesamten Rücken auf die Matte. Gerne darfst du die Arme auch in eine T-Position ausrichten und lasse dann ganz langsam die Beine Richtung Boden rotieren. Kontrolliert. Tappe deine Knie auf den Boden und kehre zurück zur Mitte. Das gleiche nun auch auf der anderen Seite. Das heißt, rotiere mit dem Becken ganz langsam rüber auf die rechte Seite. Tappe die Knie auf den Boden und ganz kontrolliert und langsam zurück zur Mitte. Einatmen, ausatmen, Knie Richtung Boden tappen. Einatmen, kehre zurück zur Mitte. Ausatmen, Knie nach rechts tappen. Richtung Boden, behalte dir den rechten Winkel bei. Kehre zurück zur Mitte und ein letztes Mal noch einmal nach links tappen. Kehre zurück zur Mitte. Ein letztes Mal nach rechts. Ausatmen. Und zurück zur Mitte. Stelle deine Beine einmal auf und verlagere dein Gewicht auf deine Unterarme. Du kannst aber auch gerne mit dem Oberkörper liegen bleiben. Und schau hier einmal kurz zu, wie die nächste Übung funktioniert. Dabei darfst du die Beine lang ausstrecken. So weit wie du kannst. Anziehen. Und die Beine nach links kreisen lassen. Versuch die Beine zusammenzulassen. Richtung Matte. Und wieder nach oben. Wenn du magst, dann darfst du hier gerne die Beine gebeugt lassen und hier mit dem Becken kreisen. Versuch die Beine nicht abzulegen und so große Kreise, wie du kannst, zu formen. Beine ausstrecken oder angewinkelt lassen. Und dann ganz langsam nach links kreisen lassen. Richtung Matte. Nicht ablegen. Und dann wieder zu dir ziehen. Und ausatmen. Große Kreise einatmen. Und in der einen großen Kreis mit beiden Beinen. Und noch einmal kreisen lassen. Versuche den kompletten Bauch anzuspannen. Ganz kontrolliert langsam dein Becken kreisen lassen. Und noch ein letztes Mal in die Richtung. Bevor wir nun die Richtung wechseln und nach rechts kreisen lassen. Auch hier insgesamt acht Mal. Zwei. Drei. Vier. Versuch durchzuhalten. Und fünf. Noch dreimal. Drei. Zwei. Du hast es fast geschafft. Und eins. Beine beugen. Füße kurz aufstellen. Und dich ablegen. Auf den gesamten Rücken. Spanne deinen Bauch komplett an. Und bringe deine Daumen unter dein Gesäß. Und versuche den unteren Rücken bei der nächsten Übung auf der Matte zu lassen. Strecke deine Beine Richtung Decke aus. Und versuch sie so weit auszustrecken, wie du kannst. Und dann wollen wir die Beine hier überkreuzen in eine Criss-Cross-Bewegung. Und während wir die Beine überkreuzen, ganz langsam Richtung Matte wandern. Lege die Beine nicht ab und versuche den unteren Rücken auf der Matte zu lassen. Ausatmen. Einatmen. Langsam zurückkehren. Immer mit dieser Überkreuz-Bewegung mit den Beinen. Und noch einmal ausatmen. Beine Richtung Matte bewegen. So weit wie du kannst. Und einatmen. Wieder die Beine zu dir holen. Wir wollen etwas schneller werden. Also die Beine schneller überkreuzen. Und schneller Richtung Matte wandern. Und wieder zu dir. Noch fünfmal so. Beine Richtung Matte. Fünf. Und wieder zu dir. Einatmen. Und vier. Die Beine Richtung Matte. Soweit wie du kannst. Nicht ablegen. Durchhalten. Und drei. In Richtung Matte. Und wieder zu dir wandern. Noch zweimal. Zwei. Richtung Matte. Mach mal aus. Halte. Anspann. Wieder zu dir wandern. Und noch ein letztes Mal. Du hast es fast geschafft. Beine Richtung Matte. Ausatmen. Tief einatmen. Beine zu dir bewegen. Und die Beine beugen. Umarme deine Schienbeine. Zieh die Knie zu dir ran. Bevor du deine Beine aufstellst. Und mit mir in die Schulterbrücke gehst. Um deine Bauchdecke zu dehnen. Dafür dein Gesäß anspannen. Becken anheben. Und deine Finger hinter deinem Rücken ineinander verschränken. Wenn du magst. Tief ein- und ausatmen. Zieh dich lang. Und langsam wieder ablegen. Für unsere nächste Übung positioniere deine Hände an deinem Hinterkopf und hebe deinen Oberkörper an. Bauch anspannen. Zieh dein rechtes Knie ran. Das linke Bein ist lang ausgestreckt. Und führe deinen linken Ellbogen zum rechten Knie. Spanne alles an. Wechseln. Rechtes Bein ausstrecken. Rechtes Knie zum linken Ellbogen. Bereit. Und rechts ausatmen. Links einatmen. Rechts. Links. Rechts. Links. Und versuche einfach so viele Wiederholungen mitzumachen. Pro Seite werden es insgesamt achtmal sein. Nicht nachdenken. Einfach machen. Und links. Und rechts. Links. Rechts. Im Wechsel ein- und ausatmen. Und noch einmal rechts ausatmen. Links einatmen. Und ablegen. Geschafft. Wir wollen uns gleich aufrichten. Und dafür darfst du mit deinen Beinen einmal Überkopfschwung nehmen. Und dich nach vorne ins Sitzen rollen. Begebe dich mit mir dann kurz in die Plank-Position. Spanne hier einmal alles an. Bevor wir in den herabschauenden Hund wollen. Schiebe also dein Gesäß Richtung Decke. Mach dich ganz lang. Lass die Schultern weg von den Ohren. Beuge und strecke die Beine im Wechsel. Nehm hier ein paar Atemzüge. Bevor wir gleich in die Plank-Hold wollen. Das heißt, roll dich nach vorne. Mach dich ganz rund in deine Plank. Und lege dann deine Unterarme ab. Versuche hier ein Brett zu formen. Deinen Bauch anzuspannen. Und die Schultern über den Ellbogen zu lassen. Und wir bleiben hier 30 Sekunden. So, halte. Und atme tief ein und aus. Versuche die Fersen nach hinten zu schieben, gefühlt. Und den kompletten Bauch angespannt zu lassen. Und noch 3, 2, 1 und Becken ablegen. Bleibe ich hier mit den Unterarmen abgelegt. Oder geh mit mir in die High Cobra. Das heißt, richte dich hier noch etwas mehr auf. Such dir hier deine Variante aus. Wir wollen hier einmal kurz die Bauchdecke dehnen. Und den Oberkörper wieder ablegen. Und dreh dich wieder zurück auf den Rücken. Schau, dass du Überkopf platt hast. Das heißt, streck dich hier einmal aus. Und ich zeige dir, wie die nächste Übung geht. Also schau kurz zu. Hebe die Beine von der Matte an. Arme ebenfalls anheben. Und Oberkörper anheben. Beine ranziehen. Und alles anspannen. Strecke dich wieder lang aus. Nichts ablegen. Und erneut nach oben ziehen. Beine ranziehen. Ausatmen. Bereit? Einatmen. Zieh dich lang. Die Arme nach außen kreisen lassen. Nichts ablegen. Und ausatmen. Oberkörper zu den Knien ziehen. Halte. Halte. Einatmen. Und zwei. Ausatmen. Einatmen. Drei. Ausatmen. Einatmen. Vier. Halte. Ausstrecken. Fünf. Halte. Und wieder lang ziehen. Einatmen. Und sechs. Noch zweimal. Sieben. Noch ein letztes Mal. Zieh dich nach oben. Spann alles an. Und ablegen. Für unsere letzte Übung, der 100, darfst du deine Beine anwinkeln und angewinkelt im rechten Winkel nach oben anheben, wie zu Beginn auch. Deine Arme lang nach vorne ausstrecken, deinen Oberkörper anheben und den Bauch anspannen. Wir wollen gleich so schnell es geht die Arme nach oben und nach unten flassern lassen. Bereit? Und eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, dreißig, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, vierzig, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 100. Alles ablegen. Tief ein- und ausatmen. Du hast es geschafft. Wir sind am Ende. Und wenn du magst, dann darfst du gleich mit mir in eine Ausgleichshaltung. Dafür die Beine einmal mattenbreit ausstellen, die Knie zueinander fallen lassen. Die Arme in eine angewinkelte T-Position ablegen und die Beine nach rechts kippen lassen. Für eine ganz leichte Drehung deiner Wirbelsäule. Hier wollen wir unsere Übungen ganz langsam ausgleichen und runterfahren. Und dann zurückkehren zur Mitte, die Beine nach links kippen. Hier auch für ein paar Atemzüge bleiben. Und langsam zurückkehren. Die Beine ausstrecken und ablegen. Und deine Füße locker auseinanderfallen lassen. Dann lege die Arme neben deinem Körper ab und schließe deine Augen. Und nimm dir hier die Zeit, runterzufahren und anzukommen. Und wenn du das Gefühl hast, diese Haltung zu skippen, dann nimm dir hier erst recht die Zeit, mit mir ein paar Atemzüge in Shavasana liegen zu bleiben. Und wenn du magst, dann darfst du hier natürlich noch viel länger liegen bleiben. Oder mit mir Bewegung in Füße und Hände bringen, die Beine schließen. Dich einmal lang ausstrecken, als würdest du gerade frisch aufwachen. Dich auf eine Seite legen, um dich ganz langsam wieder aufzurichten. Nimm dir hier Zeit. Setz dich mit mir in einen bequemen Schneidersitz, um die Praxis zu beenden. Und dabei darfst du die Augen gerne geschlossen lassen. Und hebe bei deiner nächsten Einatmung mit mir die Arme über die Seite nach oben. Für die Handflächen zueinander ausatmen. Hände vors Herz. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du deine Praxis mit mir geteilt hast. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und mich zu unterstützen. Und ich freue mich über jeden, der sich noch die Zeit nimmt, mir einen Kommentar dazulassen. Gerne auch Video-Wünsche. Und vergiss nicht, mir auch auf Instagram zu folgen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Von meinem Herzen zu deinem. Namaste. Und wenn du Lust hast, dich einmal richtig auszupowern, dann schau gerne auf meinem Kanal vorbei. Dort habe ich für dich einen ganz Körper-Power-Vinyasa-Flow für dich. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Namaste.